Wo ist der Polarstern? Wo ist dieser verflixte Polarstern? Wieder hier gibt es keinen, oder es gibt zwei. Wo zum Teufel bin ich? Hey, nimm die Pfoten weg. Kannst du was sehen? Einige Käfige mit gefangenen Nordmännern. Und Bela! Dann lass ihn uns raushauen. Jetzt oder nie. Komm schon. Komm schon. Ja. Bela ist auf sich allein gestellt. Komm schon. Untertitelung des ZDF, 2020